Hallo und herzlich willkommen auf dem TGP Motor Racing Kanal. Heute mal mit einem neuen Video, das es auf unserem Kanal so noch nicht gegeben hat. Und zwar sind wir gerade auf dem Weg nach Berchtesgaden. Wir holen unser neues Projekt ab. Seid gespannt! So, wir sind jetzt angekommen. Dahinten steht schon unser neues Projekt. Ich habe schon ein bisschen begutachtet. Schaut nicht mehr ganz so gut aus. Ich würde sagen, ich zeige es euch gleich selbst. Kurze Background-Story. Es ist ein Unfallfahrzeug, wie ihr gleich sehen werdet. Und wir haben uns jetzt im Prinzip das Projekt vorgenommen, dass wir die jetzt komplett neu aufbauen, für die Rennstrecke umbauen, mit neuer Verkleidung, Fahrwerk etc. Und ich würde sagen, wir zeigen sie euch jetzt einfach. So, hier ist sie. Die halbe Yamaha R6 RJ11. Der Motor hat ungefähr 46.000 Kilometer. Also wir werden auch auf jeden Fall den Motor aufmachen. Schauen, was kaputt ist. Ja, generell ist es, wie man schon sehen kann, eigentlich ein kompletter Neuaufbau. Also von Motor bis Verkleidung, Lenker, Fahrwerk. Wir werden alles machen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Jetzt laden wir sie erstmal ein und wir sehen uns dann wieder, wenn wir bei TGP sind. So, feier das Tag ist. Es ist gut, Marco. Tutu bene. So, wir sind jetzt angekommen. Die R6 steht immer noch hinten drin. Natürlich immer noch kaputt. Ich würde sagen, wir laden jetzt mal aus und dann fangen wir auch schon an beim Zerlegen. Bevor wir anfangen, die R6 zu zerlegen, wird sie jetzt erstmal gründlich gewaschen, weil sie durch den Sturz wurde doch ein bisschen dreckig. Auf Wiedersehen! so sie ist jetzt fertig gewaschen sieht natürlich von der seite immer noch sehr sehr mitgenommen aus aber von der seite schaut es gar nicht mal so schlecht aus vor allem mit der folie die jetzt hier davor drauf war die natürlich sehr sehr sexy ist schaut sie gar nicht mal so schlecht aus gut von der seite können wir auch noch mal schauen ist es schon noch ja ich würde sagen ein bisschen mitgenommen aber das machen wir natürlich alles wir schieben sitzen die werkstatt warum gleich mit die verkleidung runter das sieht aber im zweiten teil der ganzen serie also wir werden hier mehrere teile machen wenn es euch gefallen hat das erste video lasst auf jeden fall einen daumen nach oben da wenn ihr mehr videos sehen wollt auf jeden fall abonnieren klicken die glocke aktivieren damit ihr nichts verpasst und ich will sagen wir sehen uns beim nächsten mal